Hallo Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von KONTER SWIKE NEIN Rambo 6 Ich bin immer noch Der Herr Sebastian ist irgendwie so verteilt heute Bitte nehmt ihn Justin Stricks nicht Heute ist heute nicht sein Tag Boah wer weiß ist es? Abilität Ah welchen Raum nehmen wir denn? Nehm ich den ja Nur mal zufällig ok Jo Ach du Scheiße Ah ok Der dachte aber nix auf der Westen Bayer hat dir helfen Äh hast du nicht gehört normalerweise sagt er immer nur lautlos Im Gameplay Im Gameplay ja Hast du genommen? Ja Hi Hi Ja wenn du auch zu viel Wenn es viel mehr rein ist dann kannst du viel neue Wände ne Oh oh die können doch von oben kommen ne Jo Ich hab's da ja nie gesehen Echt? Was? Ich hau hier noch rein Ja Gleich irgendwann fährt eben die Schrot in die Frache gekloppt ey Haha Der durfte gleich mal den Schrot fressen ne So Ok Hey Ich hab's irgendwie rein das Ich erinnert von Ich hab's irgendwie rein das Ich erinnert von Ist so kaputt Ach Leute Also Es da Zweiter Zweiter Nachgeladen Oh fuck Oh fuck Ah fuck Da kommt jeder mit Schild bei mir Sieg am Boden Ok Ah Fuck Fuck Hinter dir ne Ich bin tot Du musst es mal auf den Kopf scallen ne Der Kopf ist weiter rechts Ich bin tot Ich bin Ja du hast die ganze Zeit aufs Schild Ich habe gesehen du hast das Schild geschossen Nein ich wollte auf Hände schießen Warum hast du dich auf den Kopf geschossen? Da haben wir die Scheibe oder? Nein da war keine Scheibe Er hat Schild quer gehalten Ah Das wird auch rechts rüber stehen müssen Aber durch die Schlitz Die haben doch Scheibe oder? Ja aber der hat jetzt Schild ja quer gehalten Da hat man den Kopf Ich hab den Kopf wieder gesehen Ja super Habe ich nicht gewissen Erste Runde haben wir gut bestanden Aber zweit haben wir verkackt Oder ich habe verkackt Die erste Runde verkackt Zweite gewonnen Die dritte Runde Ach genau Das ist nicht so unser Ding Ah jo Oh Was? Ich habe ein anderes schon Ah ja egal Da machen Terroristen Jagd Dafür Immer noch Immer noch Wieso? Ich sehe noch nicht mal was Was? Nein Bei mir ladest du immer noch Ich sehe noch nicht mal was Was? Was hast du? Na wie denn? Wenn ich euch mal ein Bild sehe Ich glaube ich werde raus gespülen Na ich glaube schon auch Super Dann werde ich wahrscheinlich alleine gespülen Muss ich Toll Leider Ja Ich habe gar nicht eine Bank Ha 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 Gut So Firstly Mal So Oh Junge Ich mich als nächstes 无 Rs Na Team Lu 13. oder? Mhm. Ja. Gut. Warum? Ja. Weil ich komm nächste Woche ein neuer Let's Play. 13. Dann schon auf 5. hochladen. Das Spiel. Ja, ich bin allein. Ja. Ja. und jetzt ja leider ja wenn er mal machen das ist ja auch total durch die nur die spiele ja 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 okay ich hab immer hell gehört okay Komm komm, der kommt, der kommt, der kommt. Du schiebst mir. Komm, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Okay. Yeah, zwei, erledigt. Yo, geile Versteck hast du. Oh, einer hat sich Versteck im Klo. Ja, wenn er mal aufs Klo muss, der kann man auch nicht, wenn er mal pipinen muss. Oh, ja, genau. Soll er sich in Hosen machen, oder was? Ja, genau. Nein, nein, nein. Du machst die Hose ja sauber, ne? What? Okay, du what? Ja, so. Ja, komm, lass dich nach. Einfach. Ja, ich bin ja jetzt raus, geil. Halbte habe ich schon erledigt, das finde ich gut. Ich muss sie nach oben noch gehen. Okay, oder nicht. Ah, oben ist auch nichts. Uh, ich habe erst 24 Stunden Boost aktiviert. Derzeit aktiviert der Boost. Bisschen down? Ja. Ah, ist gut. Tschüss! Dann kriege ich jetzt mehr Kuh. Okay, niemand da? Äh, okay. Ja, vorwärts, vorwärts. Du bist schon vorwärts tot. Noch drei, dann habe ich schon erledigt. Mhm. Nee. Nee. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Und jetzt, wo ver. Jetzt. Ich glaube, wir müssen nach oben einen erledigen. Boah. Das war geile Action. Am Ende. So, Leute. Ich würde sagen, das war es für mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.